einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video ich weiß noch nicht wie ich es nennen werde entweder odin war einkaufen spezial oder odin war einkaufen spaß kostet oder spaß kostet spezial oder keine ahnung ich habe mir noch keinen namen überlegt grund dafür ist bei meinem letzten autofahr vlog haben mehrere geschrieben wegen meinem odin t-shirt das werdet ihr gleich noch mal sehen und ja da habe ich gedacht habe die links weiter geschickt und beim suchen für die links ist mir auf der fall dass da gerade eine große aktion war also einige sachen sind billiger geworden da musste ich dann natürlich auch gleich noch mal zuschlagen und weil einige gefragt haben ob ich da nicht auch noch mal separatet video zu machen kann deswegen dieses video und zwar eins habe ich davon schon an da steht vorne allvater wotan und hinten ich weiß nicht ob ihr das so gut sehen könnt da ist dann odin groß drauf weil ich habe die erste lieferung schon gekriegt da waren drei hier drin und zwei kam nachträglich dann noch mit einen tag später da kam einmal dann habe ich mir bestellt hier sobald ihr auch vernünftig sehen könnt einmal mit einem wikinger drauf und nordic walking finde ich richtig geil also das was euch wundert was hier an der seite sind das sind streitexte und dann steht hier nordic walking hinten ist nichts drauf bei dem dann habe ich das bestellt das hatte ich auch schon an war auch ziemlich schnell durchgeschwitzt weil es ist heiß dieses hier bei gewitter renne ich auf die straße und brülle tor fand ich geil musste ich unbedingt haben acht euro oder so hat es auch gekostet sieben acht euro ich wisse es jetzt nicht aus dem kopf pack euch die links dazu nach drunten oder bei den neuen habe ich bei der zweiten lieferung habe ich den schein hier bei den ersten ah hier ist er und wie sagt das allvater wotan war auch beim ersten mal dabei das allvater wotan hat mich gekostet zehn euro achtzehn nordic walking 15 euro 4 bei gewitter brülle ich tor 6 euro 64 und dann kommt halt noch die mehrwertsteuer dazu oder ist die schon mit drin ich weiß nicht insgesamt habe ich über 60 euro bezahlt so die sind jetzt alle ganz normal schwarze t-shirts in der xl weil meine alten passen mir nicht mehr weil ich ein bisschen fülliger geworden bin und das war das t-shirt worauf viele denn geschrieben haben hinten halt noch mal die raben drauf mit dem christenfisch und vorne steht dann halt drauf ich werde lieber mit odin ich finde die kombination mit odin mit diesem blau weiß noch richtig schick und auch hier mit diesem blauen banner in valhalla saufen als mit jesus im himmel wasser zu trinken finde ich geil und das habe ich vorher gehabt in der m körperbetont das ist eine xl nicht körperbetont oder war das eine m bei mir na das was vor xl ist sml war das glaube ich ich muss gucken und dann habe ich mir dieses hier bestellt das fand ich auch richtig geil so sieht er besser da steht oben drauf lieber ein wolf odins als ein lamm gottes dann hat man hier so ein wolf drauf und dann im hintergrund rot sind keine ahnung könnte aus der bibel sein eventuell ich weiß es nicht sieht aber richtig geil aus hinten ist auch da nichts drauf aber hier an der ärmel wie bei meinem der torshammer den torshammer kennt ihr ja schon in der machart wo ich die pullover vorgestellt hatte was waren das wo an der seite der torshammer drauf war war das wiking world tour oder heiden ich glaube das war die wiking world tour wiking world tour habe ich ja pullover gemacht ich werde mal gucken dass ich euch in die infocard oben die anderen klamotten mache muss ich mal alle draussuchen und ja katze rollig und ich werde euch in die video beschreibung natürlich die links zu spaß kostet packen die amazon links zu den jeweiligen t-shirts werde ich euch packen das odin t-shirt das gibt es nicht mehr lange also wenn ihr dieses video seht müsst ihr euch dann recht schnell entscheiden zum bestellen kostet 8 euro ich gucke nochmal nach weil das ist auslauf spaß kostet macht immer so eine reihe von shirts und die gibt es dann aber auch nur eine gewisse zeit und danach werden die aus dem sortiment rausgenommen dann gibt es die nicht mehr und jetzt für odin habe ich bezahlt 6,72 Euro dann kommt noch die mehrwertsteuer dazu von 1,28 Euro und für wolf odin habe ich bezahlt 15 Euro noch was plus 2 Euro noch was mehrwertsteuer also ja 17 Euro noch was oder so habe ich bezahlt muss ich bei amazon nochmal gucken so wenn euch das gefallen hat lasst natürlich einen daumen oben da wie gesagt die links mache ich euch in die video beschreibung immer freitags ist bei spaß kostet eine aktion da kriegt ihr wenn ihr eine bestellung macht ich weiß nicht ob da ein bestimmter wahrenwert ist weiß ich jetzt nicht kriegt ihr eine tasse dazu hier wird auch nirgendwo werbung sein weil ich habe die sachen selber gekauft aber ich danke spaß kostet von der seite aus für die benutzung des logos weil die haben ja ich habe mit denen ja vorher bevor ich dieses video mache kontakt gesucht und habe gefragt ob ich das logo benutzen darf ich habe es am anfang eingeblendet werde es jetzt hier wahrscheinlich nochmal irgendwo einblenden weil ich kann ja nicht einfach irgendein logo benutzen ohne die dementsprechende firma zu fragen also ich habe davon nichts gratis gekriegt ist kein sponsoring oder irgendwas dergleichen ist mein geld was ich dafür ausgegeben habe und ich habe nur gefragt ob ich das logo für die thumbnail und für im video benutzen darf wie gesagt wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen oben da schreibt doch mal in die kommentare ob ihr sowas vielleicht auch öfters haben wollt ich würde mich denn jetzt hier erstmal verabschieden irgendwo werde ich hier noch ein paar videos verlinken und ein abonnier button falls ihr mich noch nicht abonniert habt bis dahin Ahoi sagt euer Odin